Willkommen! Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euch selbst einen Tiny Whoop bauen könnt. Ich habe vor einiger Zeit einen kleinen Frame entwickelt. Ein einzig Bee Gees Frame. Ihr könnt diesen der Thingiverse herunterladen und jederzeit ausdrucken. Ich würde euch empfehlen, gleich ein paar Frames auszudrücken. Ist der Frame ausgedruckt, können wir auch schon beginnen, damit unsere Flug-Control-Board zu montieren. Die Motoren habe ich auf der Unterseite mit einem Schrumpfschlauch versehen, der auch gleichzeitig mein Landegestell sein wird. Ich lege hier fest, welche Motoren an welche Position gehören. Die Motoren sind mit unterschiedlichen Kabelfarben markiert. Bitte haltet euch an dieser Schematik, da ich selbst im Bastelvorgang die Motoren einmal kurz verwechselt hatte. Hat man die Kabeln schön strukturiert, muss man nun die passenden JST 1.0 Stecker an die Motoren löten, um die Verbindung erfolgreich herzustellen. Bitte bezieht euch hierbei wieder auf die Schematik von vorhin und verlasst euch nicht hundert Prozent auf die Footage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Sind die Verbindungen zu den Motoren hergestellt, können wir uns nun um die Verbindung zu unserer FPV-Kamera kümmern. Ich habe mir hierfür ein vierpoliges JST10 Kabel mitbestellt. Die Kamera ist eine TX03. Diese benötigt eine kleine Modifikation. Und zwar ist der äußerste PIN auf der rechten unteren Seite, wenn man die Kamera von hinten betrachtet, der Videopin. Dieser verbindet das Videosignal der kleinen Kamera mit dem FPV-Transmitter am Rücken. Nun müssen wir versuchen, diesen PIN freizulegen. Ich habe hierfür eine kleine Pfeile verwendet, um den PIN zu durchtrennen, damit wir unser On-Screen-Display, welches auf unserem Flugcontroller verbaut ist, auch verwenden können. Sobald man Zugang zu dem PIN hat, kann man ihn mit einer kleinen Nadel ein wenig abheben und dann durchzupfen. Leider ist mir beim Löten die Kamera ausgegangen und ich habe keine Footage vom Löten der Kamera. Aber ihr könnt euch wieder bei der Schematik informieren. Achtet bei der Montage der Propeller, dass diese gut festgedrückt sind, um später abfliegende Propeller zu vermeiden. Sollte ein Propeller einmal nicht gleich ganz auf den Motor gehen, nehmt ihn nochmal runter und montiert ihn nochmal neu. Das hilft oft. Als nächstes muss man darauf achten, dass der Akku nicht falsch gepolt ist. Einige meiner Akkus einer anderen Marke waren verpolt und ich musste die Plus- und die Minus-Pole austauschen. Nun ist es an der Zeit, den Copter zu binden. Ich stecke den Akku ein, während ich den kleinen Bind-Knopf am Copter halte. Nun sieht man durch das schnelle Blinken der LED, dass der Copter bereit ist, sich zu binden. Als nächstes schalten wir die Fernsteuerung ein und halten dabei auch den Bind-Knopf. Ist der Binding-Vorgang abgeschlossen, beginnt die LED am Flugkontroll-Bortel langsam grün zu blinken. Nun können wir die Fernsteuerung einmal aus- und einmal einschalten und wir sollten mit dem Copter verbunden sein. Als nächstes kümmern wir uns um die Verbindung. Solltet ihr den STM-Treiber in eurem Gerätemanager nicht aufleuchten sehen, könnt ihr ihn von dieser Seite herunterladen. Nun können wir auch schon eine Verbindung zur Beta-Flight herstellen. Als erstes mache ich gerne ein Backup meiner aktuellen Flugkontrollerdaten. Dazu schreiben wir Dump in die CLI, machen uns eine Textdatei auf, in die wir unsere gesamte CLI-Ausgabe einfach reinkopieren können. Als nächstes setzen wir gleich den richtigen Filter mit dem Namen PT1. Dieser ist sehr effizient bei Copter mit geringen Vibrationen. Also perfekt für unseren kleinen Brushed Copter. Wir überprüfen die Optionen im Beta-Flight-Konfigurator. Hier habe ich eine Änderung vorgenommen. Ich habe die Loop-Time von 8K, 2K auf 8K, 1K gestellt, da meine kleinen Brushed-Motoren sonst relativ warm geworden sind. Sprich, ich hatte einfach Angst vor Überhitzung. Performance-mäßig habe ich noch keine größeren Einbußen feststellen können. Ich habe eine sehr niedrige TPA-Rate gewählt und die Notch-Filter deaktiviert, da dieser Copter eigentlich keine Vibrationen aufweist und somit auch keine große Filterung notwendig ist. Überprüft als nächstes noch eure Receiver-Signale und ob alle Kanäle so funktionieren, wie sie sollen. Danach könnt ihr euch mit den Modis beschäftigen. Ich habe auf einem Switch die Arm-Möglichkeit, sprich, um den Copter zu starten und auf dem zweiten Switch meine drei Flug-Modes, sprich, Agro, Level und Air-Mode. Nun ist es an der Zeit, die Motoren einzulaufen. Hierfür schließt ihr einen Akku an das Flug-Control-Board und aktiviert die Motoren hier im Motors-Tab auf sehr geringerer Drehzahl. Dies wird helfen, die Lebenszeit eurer Motoren zu verlängern. Ihr solltet die Motoren circa für einen Akku lang eintaufen lassen. Nun ist es auch schon an der Zeit, um es ein Bild zu testen. Viel Spaß! Viel Spaß! Viel Spaß! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020